Häufige Probleme mit dem Samsung Galaxy A32 und wie man sie behebt. Hallo liebe Freunde, wie geht es Ihnen? Ich hoffe, Sie sind bei guter Gesundheit und bei guter Gesundheit. Heute bringe ich Ihnen ein neues Video, was die häufigsten Probleme mit dem Samsung Galaxy A32 sind und wie Sie es lösen können. Ich hoffe, es gefällt dir, aber bevor du es dir ansiehst, abonniere den Kanal, um alles Neue zu erhalten, und jetzt lass uns mit der Erklärung fortfahren, meine lieben Freunde. Netzwerkprobleme auf dem Samsung Galaxy A32 Dieses Netzwerkproblem wird oft von fast allen Android-Geräten verursacht. Wenn Ihr Samsung-Telefon nicht genug Signal empfängt oder das Mobilfunknetz ausgefallen ist oder flackert, betrachten Sie die folgenden Schritte. Lösung Überprüfen Sie, ob für Ihr Gerät ein Software-Update verfügbar ist. Wenn verfügbar, aktualisieren Sie es. Schalten Sie Ihr Gerät aus. Entfernen Sie die SIM-Karte aus dem Samsung Galaxy A32 und legen Sie die SIM-Karte erneut ein. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld. Schalten Sie den Flugmodus für einige Sekunden ein und wieder aus. Gehen Sie zu SIM-Karte und Netzwerkzugangspunkt Namen Netzwerkeinstellungen auf Standard zurücksetzen. Es können Netzwerkprobleme auftreten, wenn Sie den Bootloader entsperren oder ein benutzerdefiniertes Roame oder eine Wiederherstellung installieren. Stellen Sie sicher, dass Roaming-Dienste in den Netzwerkeinstellungen aktiviert sind. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter und fragen Sie, ob das Problem bei Ihnen liegt. Nachdem Sie die oben genannten Korrekturen angewendet haben, müssen Sie Ihr Samsung Galaxy A32 Smartphone neu starten. Samsung Galaxy A32-Lag-Version Haben Sie das Gefühl, dass die Smartphone-Oberfläche langsam und träger ist? Wenn ja, hier ist die Lösung für Ihr Gerät. Dieses Problem mit Smartphones betrifft fast jeden und ist heute das häufigste Problem bei allen Geräten. Dies kann jedoch auch bei neueren Telefonen passieren, da wir dazu neigen, den Arbeitsspeicher neuerer Modelle mit Apps oder Dateien zu füllen, die wir nicht mehr benötigen. Lesen Sie unbedingt die vollständige Lösung unten, um Verwirrung zu vermeiden. Lösung Überprüfen Sie, ob das Samsung Galaxy A32 eine hohe Temperatur hat. Manchmal funktionieren aufgrund von Überhitzung verschiedene Funktionen des Geräts nicht mehr. Haben Sie mehrere Tabs in Ihrem Browser geöffnet? Wenn ja, schließen Sie es. Das Öffnen vieler Registerkarten erhöht die REM-Nutzung auf Ihrem Telefon. Damit das Gerät ordnungsgemäß funktioniert, müssen Sie etwas internen Speicherplatz auf Ihrem Telefon belassen. Entfernen Sie unerwünschte Apps von Geräten wie Antivirus-Apps und Junk-File-Cleaner-Apps. Haben Sie kürzlich eine App installiert und sind auf ein langsames Problem gestoßen? Wenn ja, dann installieren Sie diese App. Danach begann das Problem. Wenn Sie eine Mikroskarte in Ihr Telefon eingelegt haben, stellen Sie sicher, dass Sie Mikroskarten der Klasse 10 verwenden. Sie sind schneller als normale Karten. Aktualisieren Sie Ihre Telefonsoftware auf die neueste Version, falls verfügbar. Haben Sie Probleme mit wenig Speicherplatz? Ja, verwenden Sie die Lite-Version der Apps wie Facebook Lite, Messanger Lite, Twitter Lite, YouTube Go und so weiter. Öffnen Sie den Play Store und aktualisieren Sie alle Ihre Apps, wenn Updates verfügbar sind. Verwenden Sie einen Drittanbieter? Denkstellieren Sie es sofort. Meistens verlangsamt die Verwendung verschiedener Start-Apps das Gerät. Denkstellieren Sie außerdem alle auf Ihrem Telefon installierten Icon-Packs oder Font-Packs von Drittanbietern. Löschen Sie den Cache und die Junk-Dateien auf Ihrem Gerät, und es sollte das Problem lösen. Es muss ein Hardware-Problem vorliegen, wenn Sie immer noch Verzögerungsprobleme mit Ihrem Samsung Galaxy A32 haben. Bluetooth funktioniert nicht auf dem Samsung Galaxy A32. Probleme mit der Bluetooth-Kopplung und Verbindung können lästig sein. Ihr Telefon verbindet sich möglicherweise nicht mit Ihrem Auto oder es wird eine Fehlermeldung angezeigt, wenn Sie versuchen, es mit Ihren Lautsprechern zu koppeln. Mach dir keine Sorgen. Hier ist, was Sie tun können, um dieses Problem zu beheben. Lösung Versuchen Sie, das Bluetooth mit einem stabilen Zustand zu verbinden. Halten Sie Ihr Telefon von Taschen oder kompakten Umgebungen fern. Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth-Gerät ordnungsgemäß mit Ihrem Samsung Galaxy A32 gekoppelt ist. Eine falsche Paarung verursacht oft das Problem. Überprüfen Sie, ob die Bluetooth-Sichtbarkeit Ihres Geräts ausgeblendet ist. Senden Sie viele Dateien gleichzeitig über Bluetooth? Denken Sie daran, dass Bluetooth kleine Dateien senden kann, keine großen Dateien. Wenn Sie den Energiesparmodus und den abgesicherten Modus aktiviert haben, deaktivieren Sie ihn bitte. Bitte starten Sie Ihr Telefon neu und versuchen Sie dann erneut, eine Bluetooth-Verbindung herzustellen. Wenn Bluetooth-Geräte nicht nahe genug beieinander stehen, führt dies zu eingeschränkter Konnektivität. Überprüfen Sie, ob für Ihr Gerät ein Software-Update verfügbar ist. Wenn verfügbar, aktualisieren Sie es. Haben Sie immer noch Probleme mit der Bluetooth-Verbindung? Ja, dann versuchen Sie, Ihr Samsung Galaxy A32 auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Muss gelesen werden, so machen Sie einen Screenshot auf dem Samsung Galaxy A32. Samsung Galaxy A32 Überhitzungsprobleme Ihr Telefon erwärmt sich regelmäßig, aber es könnte der Akku oder etwas anderes sein. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich Telefone während des Gebrauchs erwärmen. Dies ist normalerweise ein Zeichen für eine intensive Verarbeitungsaktivität bei der Arbeit. Z. B. Das Spielen von Spielen und das Streamen von Musik oder das gleichzeitige Ausführen mehrerer Apps. Hier sind die Schritte, um das Heizungsproblem loszuwerden. Lösung Schließen Sie die im Hintergrund laufenden Apps und prüfen Sie, ob Ihnen das hilft, das Problem zu beheben. Führen Sie einen grundlegenden Reset Ihres Samsung-Telefons durch und prüfen Sie, ob das Problem dadurch behoben wird. Schalten Sie Wi-Fi, GPS, Bluetooth und andere Verbindungsoptionen aus, wenn Sie sie nicht verwenden. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und deaktivieren Sie die automatische Helligkeit. Wird dieses Problem durch das Aufladen Ihres Telefons über eine Powerbank verursacht? Wenn ja, dann ist dies der Hauptgrund. Das Spielen von Spielen während des Ladevorgangs führt häufig zu Überhitzungsproblemen. Die Umgebungstemperatur kann für die Überhitzung des Geräts verantwortlich sein. Starten Sie Ihr Samsung Galaxy A32 im abgesicherten Modus und prüfen Sie, ob dies hilft. Stellen Sie sicher, dass Ihre Telefonsoftware und Apps auf dem neuesten Stand sind. Es kann zu Überhitzungsproblemen kommen, wenn Sie viele Apps auf Ihrem Telefon installiert haben. Denn installieren Sie nicht verwendete Apps und Spiele. Schaffen Sie so viel internen Speicherplatz wie möglich. Dies wird definitiv das gesamte Telefonerlebnis verbessern. Wenn Sie Spiele mit hochwertiger Grafik spielen, ist eine Erwärmung normal. Scannen Sie Ihr Telefon mit einer Antivirensoftware für den PC. Es ist möglich, dass sich auf Ihrem Telefon ein Virus befindet, der das Heizproblem verursacht. Kamera-Probleme auf dem Samsung Galaxy A32 Haben Sie auf Ihrem Samsung Galaxy A32 Smartphone Fotos in schlechter Kameraqualität? Wenn ja, dann sind hier die bewährten Schritte, um dieses Problem zu beheben. Lösung Dieses Problem wird durch einen Fehler im Android-Betriebssystem verursacht. Um das Problem zu beheben, müssen Sie auf ein offizielles Update des Herstellers Ihres Geräts warten. Haben Sie eine Kamera-App eines Drittanbieters installiert und stehen Sie vor diesem Problem? Ja, bitte dann installieren Sie es und verwenden Sie die offizielle Kamera ab. Wenn Sie das Beste aus Ihrer Kamera herausholen möchten, verwenden Sie unbedingt die Bildstabilisierungsoption. Löschen Sie den Cache der Kamera ab und öffnen Sie die ab. Überprüfen Sie, ob dies das Problem löst. Aktivieren Sie in der Kamera ab die HD-Option. Überprüfen Sie alle Glasschutzfolien, die auf dem Bildschirm Ihres Telefons vorinstalliert waren, und entfernen Sie sie. Wenn Sie dunklere Fotos erhalten, schalten Sie das Kameralicht ein. Änderungen an den Kamerinstellungen können dieses Problem verursachen. Ändern Sie die Kamerinstellungen auf die Standardeinstellungen und prüfen Sie, ob das Problem behoben ist. Bitte entfernen Sie den Kamerafilter von Ihrem Telefon, wenn Sie einen davon verwenden. Reinigen Sie das Kameraobjektiv des Samsung Galaxy A32 und prüfen Sie, ob das Problem dadurch behoben wird. Es muss ein Hardwareproblem mit dem Samsung Galaxy A32 vorliegen, damit die Kamera nicht richtig funktioniert. Versuchen Sie folgendes, laden Sie Google Camera für Samsung Galaxy A32 herunter. Der Akku des Samsung Galaxy A32 entlädt sich schnell. Es ist ein häufiges Problem, mit dem fast alle Smartphone-Besitzer konfrontiert sind. Wenn der Akku Ihres Samsung Galaxy A32 schnell leer wird, versuchen Sie im Allgemeinen die folgenden Schritte, um das Problem zu beheben. Lösung Denkstellieren Sie Apps zur Reinigung von Junk-Dateien wie Cleaner und Rem-Booster-Apps. Diese Apps laufen im Hintergrund und entladen ständig den Akku. Deaktivieren Sie die automatische Helligkeit und verringern Sie die Helligkeit, wenn sie nicht benötigt wird. Gehen Sie zu Einstellungen Anzeige Bildschirm-Timeout stellen Sie die minimale Bildschirmzeit auf 30 Sekunden ein. Auf diese Weise schaltet sich Ihr Telefonbildschirm automatisch aus, wenn Sie es nicht verwenden. Öffnen Sie das Benachrichtigungsmenü und aktivieren Sie den Energiesparmodus auf Ihrem Samsung Galaxy A32. Schalten Sie Bluetooth, GPS, Standort und so weiter aus, wenn Sie es nicht verwenden. Wenn bei eingeschalteten mobilen Daten ein Problem mit dem Batterieverbrauch auftritt, ist dies normal. Überprüfen Sie, ob dieses Problem auftritt, während Ihr Gerät im abgesicherten Modus läuft. Deaktivieren Sie Benachrichtigungen von unwichtigen Apps. Einer der Gründe könnte sein, dass Ihr Gerät von Malware betroffen ist. Reinigen Sie es mit Antiviren-Apps. Längeres Spielen oder Ansehen von Videos kann dieses Problem verursachen. Wenn Sie immer noch mit dem Problem der Batterieentladung auf Ihrem Samsung Galaxy A32 konfrontiert sind, besuchen Sie ein Samsung Service Center und lassen Sie die Batterie Ihres Telefons überprüfen. Samsung Galaxy A32 bleibt auf dem Startbildschirm hängen. Bleibt Ihr Samsung Galaxy A32 auf dem Samsung-Logo hängen und lässt sich nicht einschalten? Wenn ja, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Wir können Ihnen möglicherweise helfen, dieses Problem zu lösen und schnell wieder an die Arbeit zu gehen. Im Folgenden haben wir einige der möglichen Lösungen behandelt, um das lästige Boot-Loop- oder Softbrick-Problem loszuwerden. Lösung Erzwingen Sie einen Neustart Ihres Samsung Galaxy A32, halten Sie die Lautstärke-Taste plus ein Aus-Taste gedrückt, bis Ihr Gerät neu gestartet wird. Dies löscht normalerweise den Speicher und hilft dem Gerät, normal zu starten. Starten Sie das Samsung Galaxy A32 im abgesicherten Modus neu. Schalten Sie dazu Ihr Telefon aus, wenn Sie es nicht ausschalten können. Lassen Sie den Akku des Telefons vollständig entladen, bis sich das Gerät ausschaltet. Drücken Sie die Einschalt-Taste. Sobald das Samsung-Logo auf dem Bildschirm erscheint, drücken Sie sofort die Leiser-Taste. Suchen Sie nach dem Neustart des Telefons im abgesicherten Modus nach dem Problem. Möglicherweise gibt es eine App, die das Boot-Loop-Problem verursacht. Sie können die App deinstellieren und Ihr Telefon im normalen Modus neu starten. Wenn sich Ihr Gerät immer noch nicht einschalten lässt, wiederholen Sie die Schritte 1-4. Starten Sie Ihr Samsung Galaxy A32 im Wiederherstellungsmodus. Sobald Sie Ihr Gerät im Wiederherstellungsmodus gestartet haben, müssen Sie als erstes die Cache-Partition löschen. Wenn dies nicht hilft, setzen Sie Ihr Telefon auf die Werkseinstellungen zurück. Wenden Sie sich nach Ausführung der oberen Schritte an ein Samsung Service Center und lassen Sie Ihr Telefon reparieren, wenn das Problem immer noch nicht behoben ist. Apps und Spiele stürzen auf dem Samsung Galaxy A32 immer wieder ab. Wenn Sie versuchen, eine App oder ein Spiel auf Ihrem Samsung Galaxy A32 zu öffnen, und es plötzlich abstürzt, müssen Sie sich keine Sorgen machen. Dies ist ein häufiges Problem und kann leicht gelöst werden, indem Sie die folgenden Schritte befolgen. Lösung Ihre Apps und Spiele sind möglicherweise veraltet. Aktualisieren Sie alle Anwendungen auf die neueste Version. Löschen Sie den Cache der jeweiligen App, bei der Sie mit dem Absturzproblem konfrontiert sind. Gehen Sie zu Einstellungen Apps, tippen Sie auf die drei Punkte, tippen Sie auf Ab-Einstellungen zurücksetzen. Überprüfen Sie, ob das Problem behoben ist. Es besteht die Möglichkeit, dass das Problem durch einen Telefonvirus verursacht wird. Überprüfen Sie, ob ein Software-Update für das Samsung Galaxy A32 verfügbar ist. Wenn verfügbar, aktualisieren Sie es. Starten Sie Ihr Telefon neu und prüfen Sie, ob das Problem dadurch behoben wird. Stellen Sie sicher, dass der Energiesparmodus auf Ihrem Samsung Galaxy A32 deaktiviert ist, falls er aktiviert ist.